Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2, Cast Nr. 2172. Ja, weiter geht's. Eine Stufe entspannter. Ich hab's ja schon im vorigen Video angekündigt, ihr könnt euch wünschen, wen ihr gerne sehen wollt, sofern ich da Replays davon finde. Und dieser Spieler wurde sich gewünscht, nämlich im Blau haben wir Showtime am Start und der spielt gegen einen Protos-Kollegen. Da haben wir in Rot auf der anderen Seite Shadow, den Franzosen. Ja, eben Showtime stand auf der Wunschliste, auch Protos stand auf der Wunschliste und damit haben wir auch mal wieder PvP, weil das letzte PvP ist ein bisschen her, ja, der letzte PvP-Cast. Daher decken wir jetzt das mal ab und haben Showtime, den deutschen Protos, da mit dabei. Diese Matches sind aus der ESL Masters Summer, aus der 2023 Edition. Da hat sich Patch-technisch nichts geändert, hat sich rum Map-Pool-technisch nichts geändert. Wir starten hier auf Neo Humanity und eben, es gibt da keine Updates zwischendrin. Die beiden also spielen weiterhin das Spiel, das sich schon seit Januar gewohnt. Also im Januar kam der Patch und seitdem hat sich da nichts geändert. Da wird sich, denke ich, auch, vielleicht kommt Richtung Herbst ein Patch, aber selbst das halte ich für unwahrscheinlich tendenziell. Wenn noch mal ein Patch kommt, dann eher 2024, würde ich vermuten. Aber warten wir mal ab, was es da so gibt. Was es von den beiden gibt, ist unterschiedliche Opener mit den Einheiten. Wir haben Doppel-Stalker für Shadow und wir haben Doppel-Adapt bei Showtime. Und das Spiel ist im Rahmen der Gruppenphase so. Es ist auch wieder so, die Masters Summer und Masters Winter Turniere gibt es dieses Jahr in 2023. Und davon gibt es Regionsgruppenphasen und Playoffs. Und das führt dann wiederum zum Offline-Turnier, das dann ganz am Ende steht. Und wir sind da eben jetzt gerade noch in den Regionen, also in der EU-Region logischerweise. Und da in der Gruppenphase, die beiden sind da Gruppe A. Das sind relativ große Gruppen auch. Also da haben wir eine bunte Mischung an Spielern. So, wir sind die Adepts gehen raus, die Stalker gehen raus. Im direkten Kampf sind die Stalker die besseren Einheiten. Die Adepts allerdings können teleportieren. Versuchen entsprechend auszuweichen. Beide gehen auf das Stargate, beide bauen sich weiter auf. Wir haben allerdings keine Expansion für Showtime, nur die Expansion hier für Shadow. Baut sich da seinen zweiten Nexus für Showtime. Der wartet auf seinen nächsten Adepts und eben dann auf das Stargate. Geld wird aber auch mehr, als ob ihm wird ein Nexus folgen. Man bleibt jetzt nicht One-Base. Die Zeiten eines One-Base-Protos sind lang vorbei. Man hat jetzt einige Adepts. Man kann versuchen, das zu kombinieren mit den Oracles. Dass man das Oracle in die Main schickt und die Adepts auf die Netzspülle oder umgedreht. Wird natürlich schwieriger, wenn der Gegner ebenfalls ein Stargate hat und dann mit Phoenix warten kann. Aktuell wissen sie es noch nicht direkt, was der Gegner da attackmäßig gebaut hat. Die haben es sich noch nicht gegenseitig gescoutet. Also die Information ist noch nicht da. Aber sobald sie merken, dass der Gegner auch ein Stargate hat, auch ein Oracle hat, tendiert man dann schon zu einem Phoenix, einfach um das besser abwehren zu können. Hier ein schöner Block, dass die Adepts nicht reinkommen. Die porten aber ran. Sagen sie 4 auf 2, das funktioniert. Das kriegen wir hin. Die Stalker versuchen jetzt zu kiten, so gut es geht. Wir werden Forcements lassen, aber auf sich warten. Die Verschütterung und Showtime macht damit ordentlich Druck. Versucht den nächsten Teleport zu nutzen. Man sieht, die Shades sind deutlich schneller als die Stalker. Showtime ist aber nicht nach vorne gegangen. Hätte quasi noch versuchen können, die Stalker zu überholen. Dass er da vielleicht noch einen Bodyblock rausholt, aber jagt weiter hinterher. Willst du auch den zweiten Stalker haben? Ja, auch der wird verfolgt. Oh nein, die Adepts. Okay, sie drehen ab. Momentan haben wir das Oracle hier im Anflug. Und es kommt der Darkschwein bei Shadow. Showtime fliegt aber hier gerade rein mit dem Oracle. Also er hat hier gescoutet. Nichtsicher, wie viel er genau gescoutet hat. Das Oracle sorgt auch für Oracle. Macht die ersten beiden Kills. Und verliert sehr viele Hitpoints dafür. Die Adepts hinterher gehen wieder nach vorne. Wir checken mal kurz die Showtime Vision. Nee, er hat Twilight Council und Darkschwein noch nicht gescoutet. Die Adepts werden weiteres Mal aufgehalten. Oracle wurde zurückgelegt. Die Adepts porten hier nochmal rein. Und können eventuell die Schildbatterie snipen. Nee, die wird gecancelt. Oracle läuft jetzt den Laser an. Und das Oracle im Blau versucht. Die auch weiter präsent zu seinen letzten Kollegen mit dabei. Showtime geht auf ein eigenes Twilight Council. Und hier, okay, da kam doch noch der Sprung rein in die Mainbase. Damit ist jetzt auch der DT-Tech gescoutet. Also Showtime weiß Bescheid. Dafür habe ich hier seine Einheiten. Nimmt sieben Probes insgesamt mit. Wir landen bei 30 zu 32 Worker. Dafür werden die Adepts geopfert. Die Oracles sind noch Detection. Sind aber nicht so megamäßig zuverlässig als Detection. Kriegen bei Shadow hingegen einen Phoenix, dass er die Oracles besser abfangen kann. Sein eigenes lebt ja noch. Darkschwein wird weiterhin fertiggestellt. Er wurde nicht gecancelt, obwohl er gescoutet wurde. Also Shadow möchte es wohl trotzdem durchziehen. Hat dann theoretisch auch die Option Arcons. Die er aus den DTs machen kann. Mit dessen das Oracle wurde direkt gesehen. Ein Blink ist unterwegs jetzt für beide Seiten. Und der Darkschwein wurde durchgezogen. Aber wir haben, wie man sieht, keinen einzigen DT-Warp-In. Stattdessen gibt es Basis Nummer 3 für Shadow. Oracle ist natürlich jetzt die ganze Zeit mit Scouting beschäftigt. Die Defensive ist jetzt eigentlich recht stabil. Man hat 6 und 5 Stalker auf dem Feld. Also für die Oracle ist es schwierig, da was zu machen. Und Schottham wird jetzt auch ganz nett, die Basis zu suchen. Worker-Technisch gleich auf tatsächlich. 39 zu 39. Shadow hatte da mehr, aber hat dann ganz einen Schwung verloren. Und das war gerade der sich aufbauende Mining-Vorteil. Dann kam der Damage. Und am Ende pendelt es sich wieder auf dem gleichen Stand ein. Wieder mit einem kleineren Vorsprung, der sich für Shadow entwickeln wird. Einfach seine dritte ist schneller. Die ist schon halb fertig. Die von Schottham beginnt erst. Das gibt die Möglichkeit, ein paar mehr Probes zu bauen. Und sich damit wieder in Führung zu bringen. Aber es ist keine riesige Führung. Und beide warten da noch auf ihr Blink-Upgrade. Hier sind wir den restlichen Änderungen wirklich aktiv werden. Wir haben hier Stasis-Boards auch mit im Einsatz. Also jetzt eine kleine Ruhephase, weil beide Interesse daran haben, ihre Economy aufzubauen. Jetzt ein Phoenix hält hier Wache gegen Oracus. Und nach wie vor keine Reaktion mit DTs. Könnte trotzdem später noch was werden. Also je nachdem, wie lange das Game geht, werden DTs durchaus wieder attraktiv. Vor allem mit ihrem eigenen Blink-Upgrade mit dem Shadow Strike. Blink in Rot in ein paar Sekunden. Das in Blau ist schon fertig. Damit beide können mit ihren Stalkern durch die Gegend hüpfen. Und Stalker-Anzahl ist auch sehr, sehr ähnlich. 13 zu 11. Man sieht jetzt eben Shadow mit einer Probe mehr. Und Schottham kommt hier vorbei. Versucht ein bisschen Druck zu machen. Shadow hat hier aber eine Schildbatterie. Kann overchargen, theoretisch. Hat dann auch ein Stasis-Word mit am Start. Also defensiv steht man hier schon ein bisschen besser. Schottham hat hier keinen vorderen Warp-In-Pilot. Und er versucht es trotzdem mit Druck zu machen. Wandert um den Stasis-Word herum. Hat es zumindest versucht, wenn das in der Phoenix findet. Die Oracles jagt die gleich mal. Damit die nichts anrichten. Und Schottham, er ist hier reingegangen. Ist er da reingelaufen? Ist er da reingesprungen? Sieht so nachher reingeblinkt aus. Wir verfolgen das mal kurz. War Schottham Stalker getrieben an der Zwischenseite. Als ich zu den Oracles gewechselt bin. Da war die Probe. Er ist tatsächlich... Er ist reingesprungen. Er hat den Blink genutzt. Ist voll auf den Stasis-Word gejumpt. Okay, das heißt, die Stalker hängen jetzt hier fest. Und wie man sieht, der Blink-Cooldown hängt auch fest. Heißt, die Stalker... Jetzt gibt's für Schottham Schwierigkeiten. Jetzt muss er laufen. Und man sieht, dass auch Shadow und kuschelt. Er will die so stark wie möglich zerstören. Jetzt die Stalker, die sich in eine so miese Position gebracht haben. Ja, da ist die Stasis-Word. Wie gesagt, der Blink-Cooldown ist aufgebraucht. Also für Schottham wirklich ein kritisches Problem, was sie sich da erschaffen hat. Mit einigen Stalker. Da kommt der Blink hinterher von Shadow und farmt da ein paar Kills weg. Wenn das eine Oracle ist, versuchen es nochmal. Gehen die Dritte an. Nehmen ein paar Probes mit. 58, 59 Worker. Trotzdem der Trade insgesamt. 4 zu 1 Stalker gechauscht. Aber für Schottham auf jeden Fall ein bisschen teurer. Der Stasis-Word ist jetzt weg, aber trotzdem. Das ist nicht der Move, wie man den Stasis-Word loswerden möchte. Eigentlich möchte man reinlaufen und rausblinken. Ich glaube, er ist ein schöner Abfangkurs auf das Oracle des Gegners. Dafür der Counter-Blink direkt auf Night-Ground mit drauf. Und damit gibt's hier weiter Argus. Wird weiter Druck gemacht auf die Stalker von Schottham. Der hat jetzt selber noch Stasis-Word. Hat selber die Schildbattrieche defensiv. Zieht sich da erstmal zurück. Shadow belagert hier ein bisschen. Mit dessen Vorbereitung eben schon. Das ist schon der Bau einer vierten Basis. Charge kommt auch. Bei beiden kommt Plus-1-Attack. Es ist immer noch ziemlich ausgeglichen zwischen den beiden. Also trotz allem hin und her. Wir sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Level. 65 zu 64 Probes. 40 zu 44 Army Supply. Die Upgrades sind auch sehr ähnlich. Aber auch da ist Shadow ist überall so ein bisschen schneller unterwegs. Das Plus-1-Ticken schneller hat jetzt das Charge schneller. Holt sich eine weitere Forge für Doppel-Upgrades. Jetzt beide Maschinen gerade raus. Schotthams Vierte wird da drunter leiten. Ist nicht zu retten. Basis wird gecancelt. Die Stalker reagieren auch. Ziehen sie zurück. Auch Supply-Block mit dabei. So Shadow setzt sich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter ab. Kann seinen Vorsprung ein kleines bisschen aufbauen. Das ist in Schottham. Gleich gerade Charge aus. Das holt sich weitere Gateways. Macht aber nochmal ein paar Kills. Denn die Oracle sind wieder reingegangen. Diese beiden leben schon sehr, sehr lange. Und haben jetzt auch doch schon sehr viel Schaden angerichtet. Zumal hier auch nichts ist, was irgendwie schützt. Und man sieht, dass nochmal Kills gehören. Das ist ordentlich Kills gefarmt. Neun Kills auf die Probes. Der Phoenix versucht jetzt sein bestes. Die Oracle ist fliegen nochmal weiter. Gehen auch noch die dritte nochmal ran. Nehmen nochmal zwei Probes mit. Und an der vierten gibt es auch nochmal. Ne, gibt es keinen. Doch, es gibt nochmal einen Kill. Dafür stirbt ein Oracle. Das zweite versucht wegzukommen. Der Phoenix ist aber schneller. Die Zeit nutzen die Stalker wiederum, um in Position zu gehen. Aber es gelingt am Ende nicht. Ganz jetzt kommt auch der erste Team wieder zu. Der wandert hiermit an. Die Stalker werden zurückgepusht. Die Masse von Shadow ist auf jeden Fall noch da, um zu verteidigen. Er ist gerade 14 Pups verloren. Aber das ist sofort auch nachgebaut. Und somit landen wir auf 65 zu 60 Worker. Das meinte der Economy-Unterschied gar nicht so signifikant ist. Er wird schnell aufgeholt. Aber es kostet natürlich einiges an Geld, das aufzubauen. Man sieht, dass der Spike ist da. Aber das wird sich jetzt recht schnell wieder einpendeln. Dafür hat Showtime natürlich beide Oracles verloren. Davon ist jetzt... Ne. Es lebt noch eins. Er hat es gerecoilt. Er hat es gerecoilt und der Phoenix hatte nicht den Damage, oder? Ja. Recoil wurde gezündet. Also es lebt tatsächlich noch das eine Oracle. Dann lebt immer noch der Phoenix. Bei der haben gleich viele Stalker. 33 zu 33. Und eben der DT wandert jetzt hier auch mal los. Detection ist jetzt nicht so viel am Start. Die Bauern bauen eher Schildbatterien anstatt Cannons. Das heißt Detection mangelt. Und das Oracle ist weit vorne. Damit auch nicht eine Reichweite für vernünftige Detection. Da für die Stalker-Fights sind gerade ein bisschen chaotisch. Im Prinzip da eine Gruppe, da eine Gruppe. Und Schottemann die größere Masse. Dafür bekommt er auch mit dem DT. Der säbelt sich einmal durch die Cannon durch, die gerade gebaut wird. Und kann die auch erfolgreich snipen. Als die vierte wird erstmal Alarm gelegt. Oracle kommt wieder rüber. Hat aber keine Energie für Relevation. Jetzt gleich 25 Punkte braucht es dafür. Ja, jetzt wird es aktiv. Und da wird der DT auch aufgedeckt und damit angeschossen. Wird auch weggeschossen. Die Stalker von Shadow bringt sie in der Zwischenzeit in Position. Der Stalker bekommt den Kill, wenn das nicht die Stalker bekommen, auf die Nase. Denn die gegnische Truppe ist hier. Schottemann hat mehr Supply tatsächlich insgesamt. 160 zu 140. Shadow hat ein bisschen mehr Geld auf der Bank. Aktuell hat ein besseres Abgebild. Plus eins Armor. Da drüben nochmal ein Stalker. Die beiden battlen sich da einfach Blink-Stalker vs. Blink-Stalker. Verlust ist am Ende gar nicht so riesig. Wir nehmen 37 zu 32 Stalker. Zudem noch ein paar Sellers für Showtime. Fünfte Basis kommt für Shadow. Und die vierte läuft jetzt für Showtime. Meining-Tennis hat Shadow wieder ein bisschen die Nase vorn. Aber nicht viel. Man hat natürlich auch schon mehr Probe-Probleme über dieses Game bisher. Über diese 11 Minuten. Ja, Shadow hat in letzter Zeit ein bisschen abgehängt im Army Supply. Weil Shadow Supply blockt ist. 148 gerade auch. Ja, kommen vier Peile ins jetzt, um das loszuwerden. Also das ist schon lästig. Man sieht das auch, wie viel Geld noch da ist. Sofort schießt das Supply hoch auf 163. Nachdem der Supply Block gelöst wurde. Das geht halt in so einer starken Econ wieder auch sehr, sehr schnell. Wir haben 28. Zwei Probes. Also Shadow musste schon sehr viel Probe-Damage kompensieren. Das geht schon auch ins Geld. Das hofft in der Konjunktivität auch zurück. Aber er hat trotzdem hier die schnellere fünfte Basis. Sofern es hier halten kann. Denn Showtime ist hier und versucht, die anzugreifen. Oracle fliegt direkt in den Tod. Teilen wurde aber gesnipet. Schildbatterie gibt es hier also erstmal nicht. Aber es gibt eine große Stalker-Masse. Die Stalker-Masse kriegt gleich noch plus zwei Attack. Der kann habe ich hier nicht reingehen. Die Mineralien sind noch im Weg. Da kann man höchstens reinblinken mit dem Observer. Und das soll wahrscheinlich auch passieren. Der feindliche Observer kommt aber gerade an. Showtime geht in die Netschpülle. Versucht sich aber auch auf die Vierde zu stürzen. Die Stalker von Shadow müssen sie jetzt als selbes bitten. Das tun sie auch. Aber kommen sie zu spät für die Basis hier. Er hat schon gelitten. Pilein ist dauernd. Der Wechsel selber verliert. Rapide Schilde. Die Hitpoints jetzt auch werden runtergeschossen. Die Stalker fokussen da drauf. Nehmen wir die komplette Basis aus. Und auch 15 Probes wurden gekillt. Showtime macht wieder mal richtig krass. Economy damit stimmt. Nochmal ein paar Probes mit den letzten paar Salads hier. 17 Kills auf die gegendischen Worker. 68 zu 84. Jetzt hat sie das in die Economy gedreht. Shadow verliert ne Base und einiges an Probes. Und vor allem ist es ne richtige, wichtige Base, die er verliert. Die Vierte ist noch sehr, sehr wertvoll. Hat noch sehr viel Geld. Showtime gleich maxed out. Showtime ist bei 180 Supply. Wieder am Supply Limit, was er gerade hat. Mochte mal ein paar mehr Pilein zum Showtime. Ist aber normalerweise in zwei Truppen unterwegs. Showtime hat eine riesige Army. Showtime hat zwei Trüppchen. Die da hin und her laufen, sind auch ordentlich groß. Aber sie kämpfen eben nicht kombiniert. Abgelt-Situation ist 2-0 zu 2-1 in Abgelt. Also beide haben plus zwei Tag. Showtime hat gleich 2-2. So nochmal ein armer Abgelt mehr. Jagdt hier die Peinheiten wieder. Showtime versucht zwar auf der anderen Seite mit der Zweitaktion. Also er will die ganze Zeit entgegentlich ausspielen. Bisschen besser Multitasken. Nimmt die Schildbatterie mit. Der Peinling kassiert auch ein bisschen was an Schildschaden. Kann sich aber wieder hochheilen. Ist aber nämlich so tragisch. Und die Armee wird auch zurückgepusht. Und es gibt bei Showtime gerade den ganzen Haufen an Tag. Sein 3-1 kommt. Es kommt die Teaser. Es kommt eine Robotics-Bane. Eine weitere Roboter. Jetzt hier seine fünfte. Versucht einfach den Highground zu halten. Ist mutig mit dem Blink. Dass er hier nochmal wieder runterspringt. Hat die mehrere Cannons Schildbatterien. Und erwartet quasi, dass Shadow sich komplett rausbewegt. Dass er dann einen weiteren Count ansetzen kann. Die Frage ist, kann Showtime die komplette Armee von Shadow stoppen. Weil die ist doch deutlich riesiger hier in der Versammlung. Und sieht das auch aggressiver Blink direkt auf alles. Die Schildbatterie wird auch weggeschossen. Cannons werden weggeschossen. Die Storker versuchen das irgendwie zu halten. Und Showtime's zweiter Druck kommt jetzt doch nach Hause für die Verteidigung. Aber ist das rechtzeitig? Er hat schon einiges verloren. Die Schildbatterie haut nochmal alles raus. Was er in die Geert ist jetzt aber auch leer. Und die Storker betteln sich hier weiter. Und es wird geblinkt, was das Zeug hält. Und die Storker hier springen wieder nach vorne. Showtime will sie jetzt hier wissen. Er hat hier nicht den schnellsten Enforcement-Punkt. Showtime kann ein bisschen besser Enforcement. Hat jetzt auch die Tees mit drin. Und hat nur selber Observer. Das heißt, keine feindliche Detection. Die Tees tatsächlich jetzt für Showtime im Einsatz. Und die haben doch einen schlagenden Effekt. Die treiben die ganze Armee von Shadow erst mal nochmal zurück. Und am Ende landen wir nach diesem großen Fight in einem besseren Trade für Showtime. In den letzten anderthalb Minuten er hat er kaputt gemacht. 53 zu 23 Storker. Aber das sind noch einige Säle jetzt noch mit dazu gestorben. Statt hat er für eine riesige Storker-Armee. Die muss jetzt erstmal wieder aufbauen. Supply droppt massiv auf 150 und 140. Ich meine, das Geld ist schon noch da. Mining ist schon noch ordentlich. Showtime hat immer noch den Mining-Vorteil. Seit den letzten 2-3 Minuten. Kann damit besser Reinforcen. Und er geht auch Tag-mäßig. Also Showtime setzt sich jetzt hier ein bisschen nach. Weil das Disruptor mit dabei. Die DT's hat er zur Arkons werden lassen. Er hat also schon versucht, einen weiteren Weg aufzumachen. Baut seine vierte Basis neu. Hat sich ein bisschen gedauert, dass er die Basis neu nimmt. Wollte er mit diesem Angriff, wenn möglich, den Spiel beenden. Aber das hat er nicht hinbekommen. Wo er da einiges an Masse hatte. Er hat jetzt auch noch ein Observer mit dabei. Die DT's braucht er natürlich. Sonst wird das nochmal ein sehr ekliges Problem. Und hier nächster Push. Ist der letzte kurze Besuch. Mit Blink kann man ziemlich schnell wieder raus, falls es gefährlich wird. Der Kühlturm steht tatsächlich. Oder jeder der Kühltürme steht noch. Man könnte die Mitte noch einmal blocken. Wenn man möchte. Aber keine der beiden Interesse dran. Man sieht die Armeen wandern hier hin und her. Man ist sich halt so, so nahe mit diesen 5 Basen auf New Humanity. Man kann noch ein bisschen die Außenbezirke sich verlagern. Das geht noch. Aber hier in der Mitte viel näher geht es fast nicht. Und hier gibt es den nächsten Kampf. Das ist übrigens der Shabda, der Ersten im Einsatz. Kugeltrifter, wenn er nicht so berauschend. Wenn das denn hier der Salad Archon drum versuchte zu pushen. Da kommt jetzt noch Schild Upgrade für Showtime. Den Upgrade ist er jetzt dran, mehr oder weniger. 3-1-1 gegen 3-2. Und bei Showtime kommen noch mehr Upgrade. Es setzt sich den Upgrade tatsächlich dann ab. Hier die Salad Archon-Masse. Da ist auch ein DT-No mit drin. Wird aber abgefangen von dem Blink-Store. Parallel Showtime mit dem eigenen DT-No mal hier unterwegs. Aber da ist der Nexus im Blick. Und den bekommt man so schnell nicht klein. So Shadow gerade mit den besten Trades. Und Showtime mit der nächsten Basis. Baut hier seine sechste Basis auf. Für Shadow ist es erstmal hier noch die vierte, die jetzt wieder aufgebaut wurde. Seine sechste hat er aktuell noch nicht. Er hat jetzt aber auch weniger Worker die ganze Zeit. 81 zu 70 Probes. Und hier geht's für Showtime mit Swords. Nimmt die Pass-Dorker mit. Mit der Salad Archon-Truppe. Und die pusht jetzt einfach. Die andere Flanke, da passiert auch was. Nach da treffen Pass-Dorker ein bisschen ungünstig auf die restliche Truppe. Und da ist ein Disruptor mehr dabei. Also da ist der Kampf gefährlich für Shadow. Aber er springt drauf. Nimmt den ersten Kill mit. Hat es aber blinkt eingesetzt. Und dann versucht sie da zurückzuziehen auf beiden Ecken. Zieht seine gesamte Armee zurück, um diese Stalker-Truppe zu empfangen. Schild-Batterien plus Cannons kaufen ein bisschen Zeit. Die Stalker blinken jetzt in den Weg. Die Archons-Lays sind damit drauf. Die Upgrade sind noch lange nicht fertig. Aber der Disruptor ist immer noch mit dabei. Und am Ende Showtime kann das verteilen. Die zweite Armee kommt jetzt für Shadow mit rüber. Ich könnte noch auf die vierte versuchen zu pushen. Aber da ist noch einiges an Stalkern hier im Weg. Die beiden werden sicher die ganze Zeit jetzt erst der Fight an den Disruptor. Die Disruptors setzen ihre ersten Kugeln ab. Der blinkt rückwärts hier für Shadow. Ist immer das gefährlich. Ihr müsst halt echt aufpassen. Er hat das selber gar nicht. Es ist so krass, wie er einfach nur stur auf Blink-Stalker spielt. Er hat nicht mehr großartig Sellers in seiner Mähe. Er hat wirklich gerade nur Stalker. Er hat keinen Observer mehr. Das könnte ein Problem werden. Dass die Detection vielleicht wieder wenig ist. Er hat auch nach wie vor keine weitere Base. Also Shadow versucht hier auf fünf Basen einfach so viel Druck zu machen, dass Showtime's Verteidigung auseinanderbricht. Und bis er hält Showtime stur dagegen, lässt er noch keine offene Verteidigung zu. Die Base ist auch abgesielt mit mehreren Cannons. Das heißt, langfristig die Uhr spielt hier ein bisschen besser für Showtime. Mit besseren Upgrades, besserem Mining. Man sieht das, er hat Production. Der hat im Direktvergleich verstanden. Er hat einfach nur Stalker pusht und er trifft halt auf Disruptor. Was nicht ganz einfach. Jetzt die große Stalkermasse hier. Showtime mit der Disruptor-Kugel. Die wird schön gedocht. Nochmal Disruptor-Kugeln kommen. Der Disruptor-Kugel landet auch nicht. Die ganzen Disruptor werden rausgesnapt. Showtime macht wieder einen Counter-Attack mit dem zweiten Grupp. Geht hier auf die neueste Basis. Die Shadow dann noch hat seine fünfte. Wenn das ein Showtime wird, dann muss er seine eigene Basis verlieren. Da gibt es nochmal einen Kampf mit den Reenforcements. Die Stalker kiten da rückwärts. Die Stalker sind schon durchgebrochen. Die Räume die ganze Basis ab. Für Showtime versucht immer noch die Basis hier zu halten. Da ist nochmal Disruptor. Der wird angejumpft. Und der Disruptor trotz Schild bei der Overwatch überlegt nicht. Der zweite Disruptor, der reißt ein Loch in die Stalkermasse rein. Das ist ein heftiger Treffer. Shadow kann nicht so toll wie Infos. Man sieht, das Canvas Pingas da. Kann auch so etwas mit dran. Showtime hingegen kauft hier Zeit. Den Nexus steht immer noch. Seine Probe steht immer noch zu großen Teilen. Und geht hier in den nächsten Kampf. Versucht die SME jetzt klein zu kriegen. Hat jetzt auch den ganzen Upgrade-Vorteil. Das ist schon am letzten zwei Schild-Upgrade. Was den Gegner überhaupt nicht hat. Die Stalker von Shadow ziehen sich zurück. Er droppt hier mehr beim Supply. Und er hat eine wichtige Mining-Base von der Mining-Base. Die Showtime nach wie vor hat. Und Showtime hatte eh eine Basis mehr. So der Zustand für Shadow ist nicht mehr gut genug. Und das sieht er auch so. Da kommt sein GG. Showtime macht hier am Ende das 1 zu 0. Auf Neo Humanity ist ein BO3. Das heißt, das geht noch weiter. Aber eben ja. Mit dem Verlust dieser Basis hat auch krass, dass Shadow das so committed hat auf Low-Tag. Und auch Economy. Also es kam keine weitere Zunzwischenbeam. Es sind einfach 136 Stalker von ihm sind gestorben. Und er hatte noch 23 auf dem Feld. Also über 150 Stalker gebaut in dieser Map. Bei Showtime ist das mehr oder weniger die Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte. Aber trotzdem. Das ist ein massiver Unterschied. Und ja, für Shadow der Verlust. Also sein Game wäre deutlich krasser gewesen. Dieses ganze Timing mit den Stalkern wäre krasser gewesen. Aber er hat halt so viele Probes über Zeit verloren. Das hat ihn da ausgebremst auf jeden Fall. Das heißt, die Führung am Ende geht an Showtime. Weiter geht's auf Graswander Makro-Karte. Da sind die beiden jetzt Seiten vertauscht worden. Vorhin war Showtime oben links jetzt so unten rechts gespawnt. Die Farben sind aber glücklicherweise noch dieselben. Darauf kommt es mir am meisten an, dass das passt. Und wir haben hier erstmal kein Rausfahren für den Proxy. Es sind noch Proxys möglich. Also gerade Tech-Proxys, wenn es ans Tech-Gebäude geht. Dass die Probes sich darum kümmert. Aber aktuell, wie man sieht, einfach Peilen stellen. Die Probe wird dann auch wieder ans Arbeiten geschickt. Dass man möglichst viel Mineralien zusammenkratzt. Dass das mit dem Mining sehr effizient abläuft. Auch nach dem Gateway. Geht's zurück. Für beide Seiten. Also wir werden kein Proxy kriegen von den beiden. Jetzt dann erstmal ins Vespien-Gas. Man baut sich eben an der Rampe voll. Jetzt geht's voran mit Probe Nummer 1. Wobei der Kurs ist nicht schlecht dafür. Für Showtime. Dass er doch Nummer 1 baut. Aber sein Gateway. Wobei muss er noch den Chor fertigstellen. Er muss auch noch einen Pile stellen. Kommt drauf an, was er vorhat. Hängt auch ein bisschen davon. Und wenn er auf die Tees geht, ist es nicht ganz so tragisch. Ob er die Produktionskapazität eben direkt braucht oder nicht. Und hier... Oh, die Probes, die treffen fast aufeinander. Und es ist auch... Shadow nimmt ja so einen Weg zur Seite. Was haben die beiden hier vor? Das ist PvP. Bisschen Würfeln ist immer mit dabei. Das ist Würfelglück. Oh, die Probe parkt hier. Aber die Probe... Sehen die sich? Die sind sich so nah. Okay, Shadow... Und die bauen jetzt aber nicht... Die haben... Ist das der in Ernst? Ist... Oh Gott, der jagt den. Oh, er jagt den Vogel. Aber Shadow... Showtime Probe. Oh, das ist so knapp. Wie kann man sich denn so knapp nicht scouten schon die ganze Zeit? In dem V, wo Showtime nicht gescoutet hat. Da hängt Shadow ab. Umgedreht da unten ist der Beiland von Showtime. Und Showtime... Okay, doch, Showtime fährt zurück. Und jetzt sieht er das. Er sieht das Tag, er sieht den Proxys Stargate von seinem Wibus hat direkt nachdem es gebaut wurde. Das ist jetzt die Frage, was macht Shadow da draus? Was macht Showtime da draus? Er baut das erstmal Adapts. Er hätte durchaus die Möglichkeit, er hätte da Stalker gebaut, dass dieses Stargate einfach cancelert. Und das Cancel wird schon so erzwungen, dadurch, dass es direkt gescoutet wurde. Wir wissen, bei Showtime... Es gab zu dem Proxy-Pilot, aber wir proxied nicht das Tech-Gebäude an sich, denn sein Stargate kommt zu Hause. Trotzdem, das ist jetzt für Shadow nicht ganz so optimal. Er hat nämlich das Gebäude versucht, musste es abbrechen, dadurch verliert man Geld und eben verliert ein bisschen Timing. Und er hat den Tech auch gewechselt auf den Twilight Council. Das ist gegen ein frühes Oracle jetzt nicht so elegant. Das könnte ihn weitere Probes kosten. Die Adapts gehen auch sofort rüber. Wobei, sobald er die Adapts sieht, kann es sich eher ausrechnen, dass da ein Stargate und ein Oracle kommt. Das ist nämlich die häufigste Konstellation, weil man das für Spingers für den anderen Kram nicht so einfach beisammen hat. Die Adapts gehen nach vorne. Die Probe versucht zu scouten, das wird noch ein bisschen dauern, außer sie versucht tatsächlich nochmal Proxy. Und nein, es geht tatsächlich vom Twilight in den Dark-Schwein. Dieses Mal aber ohne das eigene Stargate für Shadow. Sieht jetzt auch die Adapts. Und dann wird das Oracle wirklich ein Problem. Er hat noch keine Schildbatterie hier mit drin. Die Probes kriegen jetzt schon ein bisschen nager. Shit, da wird auch das Twilight Council gescoutet von den Adapts. Sie nehmen auch die eine Probe mit. Also, Fischer, das läuft schon gar nicht gut. Er verliert hier vier Probes und das sind richtig frühe Probes. Das tut äußerst weh in seiner Eko. Sie haben fast ein Fünftel seiner Economy verloren. Und hier, der Adapts kommt auch nochmal raus. Die Probe wäre, die will dann ein Proxy-Panel stellen, dass man irgendwo reinwoppen kann. Aber wie gesagt, das ist das Oracle-Problem. Und das Oracle kann eben auch Detection beisteuern. Also, Schottam hat dann ein Konto gegen DTs in der Theorie. Neurobor als Nexus, dann hat er auf jeden Fall einen Konto, den er bauen kann mit dem Observer. Es dauert halt immer noch, bis die Tees tatsächlich ein Thema werden. Die Adapts gehen nochmal rein. Sie sehen den Darkswein noch nicht, aber sie nehmen halt noch mehr Probes mit wieder. Die Wall wurde nicht geschlossen von Shadow. Weil er nicht auch so viel wie möglich arbeiten wollte mit seinem Probes. Problem ist halt, es kostet ihn dadurch noch mehr Probes, seine Economy noch mehr geschwächt. 20 zu 29, das Oracle kommt gleich erst noch. Das Oracle wird dann auch sofort noch den Darkswein sehen, bevor er fährt. Und das Game wird gerade problematisch und problematisch. Das Oracle, er zieht sich sogar direkt zurück. Sagt sich, ne, ich will eher die Energie haben. Für Detection, für Relevation gegen den DT. Lohnt es sich gerade nicht, noch den Laser anzuwerfen. Er ist die Economy-Kennung eh schon angeschlagen. Und wenn ich jetzt den Tag auch noch aufhalte, geht es für Shadow nur noch mehr abwärts. Die T-Warping kommt sogar an Zweiter. Aber das Oracle wird halt zu Hause gehalten. Schildbatterie, es kann sein, dass der Damage noch nicht ganz da ist gegen die DTs. Aber Detection ist da. Das Oracle kann sogar selber noch den Laser anwerfen. Genügend Energie ist vorhanden. Ja, da kommt sofort Relevation Nummer 1. Die T ist aufgedeckt, bekommt sofort Schwierigkeit. Das Oracle jagt ihn persönlich. Zweite DT versucht, währenddessen sein Glück. Aber es ist immer noch Energie da und es ist eben auch eine Robo gebaut worden. Observe ist nämlich auch in der Mitte der DT wird tatsächlich rausgerecoilt, weil Shadow den gerade nicht verwenden kann. Und damit landen wir bei 24 zu 33 Probes. Aber Shadow hat auch mehr Ressourcen verloren. Er hat wichtige Probes verloren. Also sein Early Game läuft wirklich nicht gut. Er wird da weiter irgendwie noch Druck machen, aber wird schwierig. Bei Showtime kommt ein Immortal. Mit dem Immortal kann er fast rüberlaufen. Und für richtige Auge sagen. Weitere Warp-In wird versucht. Die Probe geht nach Hause. Und das Oracle fliegt auch nochmal los. Kann vielleicht nochmal versuchen, Schadens zu machen. Der Showtime braucht das jetzt nicht mehr. Er hat einen Observer mit dabei für Detection. Das ist das Oracle kann er offensiv einsetzen. Die Stalker suchen auch danach, dass ja noch irgendwas unterwegs ist. Stattdessen ist er auch okay. Es ist der Versuch Doppel-DT, aber der Erste bekommt schon direkt Gesellschaft. Und der Observer ist mit dran. Gibt es da den Snipe. Reicht die Range? Der DT läuft schon, als der Observer fliegt. Aber es reicht nochmal DT weniger. Also das Oracle erst fliegt jetzt auch los. Versucht für mehr Action zu sorgen. Da kommt er stattdessen in Arcon. Also hat sich Schadens versucht, seine Armee nach vorne zu schieben. Aber wie man jetzt seine Armee zieht, hat wirklich nicht so spektakulär aus. Und sie trifft auf eine Schildbatterie und eine Mortal. Also viel Erfolg dabei, das zu brechen. So viel DPS hat der Arcon dann auch nicht. Und das Oracle kommt gleich in der Mainbase. Ich komme dann. Ist hier eine Schildbatterie? Ne, ist keine Schildbatterie. Das heißt, hier ist nichts, was die Probes rettet. 36 zu 42 Probes. Das wird gleich schlimmer werden für Schadens. Er startet gerade die Schildbatterie. Aber die ist elegant. 20 Sekunden zu spät. Die Probes leiden, die Probes fliehen. Und da kommt dann auch einfach das GG. Schadens kommt mit seinem Plan kein Stück durch. Er läuft nach vorne und läuft halt einfach auf. Der Arcon sieht schick aus. Ohne dass das Schild ihn mal komplett einfasst. Das ist schon ein sehr schickes Modell, das der Arcon hat. Nur die meiste Zeit ist halt der Lichteffekt drumherum. In dem Fall gerade nicht so aktiv gesehen wird. Ja, und Schottam hatte Division. Er hat den Observer. Das heißt, die T's hätten auch nichts weitergebracht. Die Armee mit drin. Hat eben eine Mordlehrt-Stalk. Er hat so viel mehr. Einfach, das sieht nach. Doch, das ist schon krass. Wir sind bei Minute 4. Und er hat einen Tausender-Mining-Vorteil teilweise. Das war einfach die Adapts. Die Economy von Shadow schon so ruiniert. Sein Tag hat eben dann auch nicht funktioniert, weil er abgefangen wurde. Man sieht da, in welche Richtung das gegangen ist. Also auch längerfristig, wer hätte das für Shadow nicht funktioniert. Und Showtime damit in der ersten Web hatte deutlich mehr Schwierigkeiten gehabt. Hier in der zweiten. Ja, das, ich meine, dieses Drama hier noch mit den Pylons auf Pylons. Die Proxys. Aber Showtime sieht halt den Tag. Kann den schon mal verhindern. Dann der Tag-Switch. Der geplante, die Team-Move hat dann auch nicht das gebracht. Und dabei noch Probe-Solon. Das war für Shadow einfach nicht mehr zu retten. Somit Showtime macht das Game mit einem 2 zu 0. Das hat es mir. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.